Wollen wir nicht sehen. Das kennen wir da schon. Ich glaube, das haben wir alle schon gesehen, oder? Morgen! Du hast diese Klochen gut fit. Danke Gott, du bist kein Hellraiser wie sie oder Chloe. Jetzt erzähl mir genau, was du an der Klochen wollen willst. Ich sterbe für einige von deinen übrigen Pancakes. Ich dachte, dass du sie vermisst. Ah, du hast mehr als William gegessen. Und er liebt sie. Ich erinnere mich. Wir würden uns einander ausziehen, um sie aus dem Stag zu holen. Also, diese Zeit kannst du mir mit den Ingedienungen helfen. Ich brauche, dass du mir die Eier und Milch holst. Eier und Milch? Kein Problem. Die Eier kommen immer erst, wie Joyce sagte. So, Eier und Milch. Ich liebe, dass sie noch den gleichen Refrigerator haben. Äh, ist die Milch da nicht drin? Vielleicht hier bei den Kornflakes? Wowzer. Chloe is still the same cereal. So do I. Lange keine Kornflakes mehr gegessen. Jetzt für die Mothers Milch. So, die Mothers Milch? Warte, warte. Oh Mann. Ich will nicht für das bekannt sein. So, The Independent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor. Superheldin bewahrt Blackwell-Schülerin vor dem Selbstmord. Wow. Also, das ist die das Thema so in den Zeitungen. Wer trinkt Bier so früh hier? Äh, vertiefen ist schon krass. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt wieder zu ihr. Oh, jeez. Kannst du mir helfen, dass das Bär hier rauskommt? Sieht wie ein Messer. Können wir uns jetzt nicht einfach die Nachricht anhören, oder? Komm, wir machen es einfach. Sonst spulen wir zurück. David, das ist Officer Korn. Ich möchte euch einfach wissen, Oh, warte mal. Äh, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich meine, er hat es jetzt sowieso gesagt. Zurückspulen und einfach löschen. Die Mutter war ja entspannt. Besser ist es, besser ist es, oder? Besser ist es, wir haben es jetzt einfach erst mal gelöscht. Keine Ahnung. Joyce sieht so anders in ihrer Straße. Danke. Nach all diesen Jahren und alles, was passiert ist, ist toll, dass du und Chloe wiedersehen. Aber sie hat eine gute Freundin seitdem du und Rachel. Oh, diese Kleine mir so sehr erinnert. Such eine süße Frau. Ich hoffe, dass sie in L.A. leben leben. Ich würde das auch denken, Joyce, aber... Aber wir sind alle auf der gleichen Seite, Max. Ich hoffe, dass Rachel aufstehen oder sogar eine Message zu Chloe aus Hollywood senden. Oder woher sie ist. Hm. Ja. Geht es Rachel gut? Rachel ist in Schwierigkeiten. War Rachel sauer? Be ehrlich, Joyce. Glaubst du, Rachel ist okay? Oh Gott, ich hoffe so. Sie war... ist... smart. Und sie hat immer auf ihren Fuß. Vielleicht weiß ich sie so gut wie ich dachte. Vielleicht ist es Chloe auch nicht. Manchmal fühle ich mich, dass ich nicht so gut wie ich dachte. Max Caulfield. Hast du wirklich Angst von Rachel? Vielleicht. Rachel war so viel cooler als ich. Du denkst? Dann warum hat Chloe gesagt, dass sie sich mehr wie du, über die letzten fünf Jahre? Ich wundere mich. Ähm... Hat sie wirklich? Fünf Jahre lang fühlt es sich wie ein Tausend. Und das macht mich, was? Ein Jahr alt? Du bist nur 18, Max. Oh, Junge. Wenn ich nur zurückgekommen könnte. Es ist nicht alles so, Joyce. Voila. Ein Frühstück für uns Queenen. Und ein King. Geh sitz auf dem Tisch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Er hätte vielleicht die Nachrichten bei dem Frühstück gehört. Oh, vielleicht war das gut, dass wir die gelöscht haben. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Ich will auf jeden Fall weit weg von ihm sitzen, Alter. Stimmt. Oh, fuck. Vielleicht hätten wir noch ein paar andere Sachen checken müssen. Jetzt sitze ich schon. Noch mal aufstehen? Er wird gerne noch mal aufstehen, bitte. Ich weiß nicht, dass niemand die Plante hier watert. Vielen Dank, Joyce. Ich bin glücklich, dass es krämmig ist und nicht krämmig ist. Jetzt habe ich die Nachricht nicht zu Ende gehört, scheiße. Und die Nachricht, den Dialog nicht zu Ende gehört, so. Vielleicht besser ausgedrückt. Ich glaube, niemand watert die Plante hier. Ich wollte mir noch mal die Pancakes angucken. Guck mal, geht hier noch was? Dann schauen wir jetzt hier einfach erstmal, was sie da treibt. Ich bin glücklich, Max. Sein' du wiedersehen, made me remember so much. Ich weiß, diese Fotos nicht auf deine Arbeit, Max. Meine Fotografie Lieblingsfotografer wahrscheinlich take pictures similar to yours. Du hast David glücklich, Joyce. Er will uns alle glücklich, Max. Er ist einfach nicht so großartig, dass sie es zeigen. Uh, ich glaube, ich kann diese Fotos wie Rachel. Ich glaube, ich weiß nicht so großartig, du hast dein eigenes Stil cool. Wowzer. Ich bin total das Tag. Ich bin glücklich, Und William hat diese Bildung mit seinem Kameran-Instant-Einsatz gemacht. Oh, das war die letzte Bildung, die er überhaupt genommen hat. Er hat seine Auto aus, genau nach dem... Und... Ich weiß, Joyce. Entschuldigung. Ich habe dich nicht gezeigt, um zu sein zu sein. In der Fall, ich will, dass du das hast. Das war, als mein Baby war so voll von Leben und Licht. Sie war glücklich, positiv. Alles, was sie nicht heute ist. Und das war die letzte Mal, dass ich Chloe wirklich glücklich gesehen habe. Ihr habt eine Konzentration über wie ich bin? Es ist nicht immer über dich. Chloe, bitte. Es ist zu früh, um zu beginnen zu spüren. Eat, statt. Ich werde die Warden beschäftigen, während du in der Garage gehst. Jetzt, Hör auf die Hände, oder ich weiß, dass du über mich bist. Hör auf dich zu spüren, Mutter. Ich kann nicht alles machen hier ohne alle, die in meine Hände zu spüren. Keine Ahnung, kann jemanden mit dir schlafen, Chloe. Du fliehst aus der Handel so. Entschuldigung. Ich muss die Hände benutzen. Ja, sicher. Hör auf und spüren, wenn du mich aufhörst. Jetzt, wer ist zu spüren? Hör auf dich selbst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was jemand anderes macht. Wir müssen auch in David's Computer gehen. Er muss in die Hände schlafen. Ich glaube, David hat alle seine Überzeugungskräfte in diesem Laptop. Keine Ahnung, es braucht eine Passwort. Wie geht es mit Stepdouche? Versuch mal. Ich brauche mehr Informationen. Äh, so, jetzt können wir uns umgucken. Was ist sein Passwort, was ist sein Passwort? Vielleicht könnte ich Stepdad für das Passwort versuchen. Äh, Stepdad würde ich jetzt nicht sagen. Nimm das als Passwort, Digga. Ist das ernsthaft? Warte mal, wir gucken uns weiter um. Nothing to see here. Stepdad? Ja. Ist das ein weirdes Passwort? Warte, wir schauen weiter. Nothing in it. Naturally David would buy a heavy duty military. I can even see the combination. That might be a useful password. Ah, okay. 7171. Das würde ich eher, das würde ich schon eher nehmen. So, dieser Klassiker. Mehrere Passwörter für eine Sache. Äh, einschalten? So. Oh. Oh, hängen schloss? Ja, lass mich mal gucken. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Huh. Maybe this ID number might work. Ja, ich würde fast mit dem 7171 gehen. Aber wir können ja mehrere Sachen ausprobieren. Haha. I could try the license number for the password. Also, wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Es sieht aus wie David hat das viel gelesen. Was hat er gelernt? Der Veteran's Guide, okay. Obviamente David's Eltern sind über ihn. Das Date könnte ein gutes Passwort sein. So von Mama und Papa. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Ah, Hupt. Wurscht verheiratet. Äh. Okay. So. Da ist die Tür. Was haben wir hier in der Ecke noch? Oh. That's cute. Could be a password here. To a real life hero. Okay. Okay. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ach du Scheiße. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. Oh, oh. Warte, da war noch mehr. Scheiße, 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 warte, warte, warte. Noch auf der Rückseite wahrscheinlich die Nummer. Joyce might as well be a useful password. Das ist es. Warte mal. Two wales deiner Rechnung 27. Das ist es. Das ist das Passwort. Zu 100 Prozent. Ey. Mark my words. Zu 100 Prozent. Oh, David, du kleiner Süßer. David hat diese Hände umgebracht seit 2001. Ja, ich glaube es ist, ich glaube es ist das Datendatum. Äh, was? Privat? Familie, Armee, aufhören. Was ist privat? Ähm. Ein Schusspreis? Ach so, warte. Familie. So, ich würde das 27. Dings nehmen. Score. Max, der Hacker, schlägt wieder. Ey. Spoiler. Rachel hat definitiv mit Frank gehalten. Aber warum ist David wichtig? Leute, hier, ne? Ich bin der Hacker-Profi. Ja? First try. Ich wollte es nur gesagt haben. Äh. Ändert eure Passwörter. Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei. Fall Nummer 678. Berichtender Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber 18 wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgips aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Mrs. Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnungen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden, siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Wir wurden doch auch von irgendjemandem verfolgt. War er das? Was ist los mit ihm? Krass, was ist los mit ihm? Kate M geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgungen für die Vortex Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Digga, übertreibt doch nicht! Was ist denn los mit ihm? No joke! Sagt Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbad. Kate hält sich seit der Vortex Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. Digga, was ist los mit ihm? Das ist so falsch. Oh, schrecklicher Bistard. Okay. Profil von Max Caulfield. Pseudonyme im Internet. Mad Max, Max Factor, Noir Angel. Digga, was ist los mit ihm? Max Caulfield, Schülerin. Dann eine Nummer. Max, Stundenplan Oktoberwoche 2. Stunden... Digga, was? Stundenplan 2013 bis 2014. Was geht? Das war alles. Kann ich da nichts mehr sehen? Whoa! Spoiler alert. Rachel hat definitiv mit Frank gehalten. Aber warum hat sie... Das ist so falsch. Oh, schrecklicher Bistard. Okay. Okay, 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 okay. Sollten wir uns nicht ausloggen? Let's browse this bad boy and get some answers. Ähm... Haben wir alles gesehen? Ja, ne? Ich würde sagen, schon. Profil... Vielleicht sollten wir von der Seite kommen, damit es mehr so aussieht, als wenn wir vom Klo kommen. Ich weiß zwar nicht, wo die Toilette ist, aber... Ich bin auch ein Profi. Ich bin auch ein Freund. Ich bin auch ein Lieblingsbund. David, du bist schon wieder? Ich muss eine Nabe auf dem Wochenende Angriffen von Vandalismus abbehalten. Was passiert? Es war ein bisschen... Ich bin der Schlag. Das ist was passiert, wenn diese Kloche fassigen. Entitledige Studierenden, die an den Kampus abbehalten. Do you know for sure it was black whale students who else would do it and I'm gonna bust them Figures you'd be here. Is that your Rachel amber Halloween costume? You know more about her than me No, you and Chloe think you know more than anybody like all teenagers Leave max alone, David stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody Like he spies on all of us here Don't start Chloe not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid day not Now Chloe you used to call me a loser for getting kicked out of blackwell So who's the loser now David who haven't you accused or harassed between your investigations into Rachel and Kate? What have you done besides get in trouble The Chloe man, you're a bully David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell You could have totally helped her Everybody at blackwell is a suspect to you except for Nathan Prescott That's why the students and faculty don't like you you even hit your stepdaughter. I do respect your service But you don't respect anybody Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family at your work Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel amber in your files anyway? What is this true? Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh You're turning on me now, huh? Course Women always stick together Oh, screw you David You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home It's my home David paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things Like when I'm out flanked Have a nice day Chloe. For once. Just please shut up But really so. Hey. Hey. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David Hey, no. Hey. 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 We could have just not Chloe in the back. That's an absolute no go Ich will nicht sehen oder hören dich wieder, Max. Du hast mich und meine Familie genug verhört. Oh, shit. Max, mach dich nicht auf. David erhielt das alles selbst. Verstehst du? Das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Also ernsthaft. Natürlich ist er eine greifende Kloy-Partei. Max, das hat mir Gelächter gegeben. Und du solltest das nicht aufhören. Du solltest einfach mal abhauen? Sorry. Tschüssi.